Das Sondierungspapier der Ampelwilligen macht gleich eingangs unter den wirklich großen Herausforderungen, denen es zu begegnen gelte, aus Klimawandel, Digitalisierung, Zusammenhalt und demografischer Wandel. Von solchen Kleinigkeiten wie den tausenden Milliarden Schulden Deutschlands zeigt man sich als echter Visionär unbeeindruckt. Das Problem des demografischen Wandels besteht freilich, soll aber, wenig überraschend, durch forcierten Ausländeremport gelöst werden. Das ist die Koalition, deren einer Vertreter Vaterlandsliebe schon immer zum Kotzen fand, anders und etwa im Interesse Deutschlands bewerkstelligen wollen würde, war nicht zu erwarten. Stattdessen soll nun durch ausbleibende aktivierende Familienpolitik der rapide Bevölkerungsrückgang der hier angestammt wohnenden Deutschen einerseits gegenwärtlich Halbierung in der Enkelgeneration und durch Turboflutung mit Orientalen und Afrikanern andererseits der Austausch der Wählerdemografie in wenigen Jahren irreversibel gestellt werden. Eine Betrachtung der jeweiligen Geburtenraten spricht dafür sich. Generalhebel bleibt wie immer der erlogene Schutzbedürftigkeitsstatus selbst nach Durchzug durch zig sichere Drittländer. Der fanatische Deutschlandhast der Linksgrünen verbindet sich hier auf das effektivste mit dem Desinteresse der Konzernlobbyisten der FDP in einer Bewahrung der ererbten deutschen Kulturnationen, wenn denn nur Horden von Lohndrückerkolonnen vor die Werkstore gespült werden. Um die arbeitsmarkstechnisch vielleicht nicht so brauchbare Mehrheit derselben darf sich dann der Sozialstaat kümmern. Sie nennen es ein Jahrzehnt der gesellschaftlichen Erneuerung. Wenig überraschend auch, dass die Klimamythologen schon 2030 aus der Klohle aussteigen wollen und dafür jeden 50. Quadratmeter Deutschlands mit Windrädern pflastern wollen. Der Indoktrinations- und Umerziehungsflügel der Grünen bekommt die Ankündigung sogenannter starker Kinderrechte im Grundgesetz geschenkt. Auf Deutsch die versuchte Entmündigung der Erziehungsberechtigten für den ultimativen staatlichen Durchgriff, die berühmt-berüchtigte Lufthoheit über den Kinderbetten. Sogar an die ewigen Studenten der sozialwissenschaftlichen Pseudo-Intelligenz wurde gedacht mit einem sogenannten Lebenschancen-Dauer-Bafög. Bei der Betrachtung des modernen Landes Deutschland, in dem unterschiedliche Herkunftsgeschichten zusammenkämen, soll gerechte Teilhabe in allen Bereichen organisiert werden. Dahinter verbirgt sich eine Migrantenquote für minderqualifizierte Bewerber, was einerseits deren mangelnde Qualifikation vertuschen und andererseits der Gesellschaft einen Schein-Integrationserfolg der Importierten vortäuschen soll. Und was unter dem Stichwort Verantwortungsgemeinschaft im Familienrecht auf uns zukommen dürfte, das dürfte, wenn man die Grünen kennt, einigermaßen unappetitlich ausfallen. Insgesamt bestätigt das Statement zur Aufnahme der Koalitionsverhandlungen die Befürchtung, dass das rot-grüne Projekt einer massiven Ausweitung der Einwanderung jetzt unter Beihilfe der FDP durchstarten soll. Deutschland soll in ein modernes Einwanderungsland umgebaut werden. Mit modern ist gemeint, der politischen Mode linker Zirkel hinterherzulaufen, sich weg von dem eigenen Land seiner Geschichte und Menschen zugunsten der Einheitskultur eines gesichtslosen und nihilistischen Globalismus zu orientieren. Wenn davon die Rede ist, dass das Staatsangehörigkeitsrecht der gesellschaftlichen Realität anzupassen sei, verbirgt sich dahinter eine weitere Aushöhlung und damit Beliedigmachung der deutschen Staatsangehörigkeit. Auch der berüchtigte Spurwechsel für eigentlich Ausreisepflichtige findet sich unter der Formel schneller einen rechtssicheren Aufenthaltsstatus schaffen. Offensichtlich hält es die Pseudo-Rechtsstaatspartei FDP für angebracht, illegale Erschleichung des Aufenthalts auch noch extra zu belohnen und damit de facto zu vermehren. Auf der einen Seite steht so die FDP als Vertreter der Arbeitgeber, die ohne Blick auf langfristige Konsequenzen kurzfristig das Arbeitskräfteangebot erhöhen und so Löhne drücken wollen. Auf der anderen Seite stehen SPD und Grüne, denen es um eine Transformation Deutschlands in ein Versuchslabor für linke Gesellschaftsexperimente geht. Einwanderung soll sich nicht mal mehr am Arbeitskräftebedarf orientieren, sondern selbst bei Massenarbeitslosigkeit soll durch ein Punktesystem immer dafür gesorgt sein, dass die Fluttore offen bleiben. Voraussetzung sind dann nur irgendwelche kaum zu kontrollierenden Alibi-Qualifikationen aus häufig korrupten Heimatländern. Aber es passt schon, denn wie heißt es weiter? Deutsche Interessen werden zukünftig nur noch im Lichte europäischer Interessen definiert. Dass man da dann noch Desinformation, Propaganda und Manipulation abwehren will, entbehrt schon nicht mehr einer gewissen Komik, wenn da offenbar der Baerbock zum Gärtner gemacht werden soll. Verantwortungslos und rücksichtslos geht es rechtsfrei weiter. Neue Definition der Aufgaben der Bundeswehr, die eigentlich der Landesverteidigung dient, im Sinne eines Beitrags zur internationalen Sicherheit. Das wird den Rekruten, insbesondere nach Afghanistan, schon einiges sagen, betreffend eine etwa noch zu erwartende Rücksicht auf Leib und Leben. Und die Klimamärchenerzähler schließlich vergessen nicht, deutsche Pflichterfüllungen bei internationaler Klimafinanzierung herbeizufantasieren und gleich massiv einzufordern. Aber die FDP ist stolz auf sich. Es soll kein Tempolimit geben. Das muss man dann wohl so verstehen, dass das von der Ampelregierung geführte Deutschland ohne Tempolimit in den Abgrund düsen wird. Denn Christlan Lindner weiß jetzt, lieber schlecht regieren, als gar nicht regieren.